Musik Vom Himmel hoch, da kommt es hier, über vier Satelliten gleich fünfmal, Starsat Radio Europa. Analog über die Himmelskörper ECS2, Kopernikus und Astra, digital über Kopernikus und TV-Sat. Sie hören Starsat außerdem in fast 90 Prozent aller Kabelnetze in Deutschland, dazu in bestimmten Stunden auch per Äther in verschiedenen Teilen Bayerns, in Südtirol bis zum Gardasee, in Slowenien und über weitere Radiostationen sowie Kabelnetze in Skandinavien, Italien, Spanien, den Niederlanden und Frankreich. Täglich kommen tausende neue Hörer hinzu. Wir grüßen Sie alle und wünschen Ihnen erstens einen guten Empfang und zweitens gute Unterhaltung mit dem Programm von Starsat Radio Europa. Starsat Radio, Himmel!